Das ist das Kindergewicht. Du bist schon ne Pussy dabei. Du bist Boxer. Du bist ein schwacher Boxer. Ich glaube jeder Boxer wächst sich um. Sonst bin ich mir so stark. Nur mal. Das habe ich schon gemacht. Ich weiß nicht. Du hast schon 20? Eine Ahnung. Schon so viel? So. Dann kannst du das so machen. So. Die Schulter. Wie die Nacken. Wie die Nacken. So. Drei. Wenn der tot ist. Wie ist der tot? Null. Zehn. Elf. Zwölf. Eins. 19 nur! Wie? Zu wenig kommt. Aber egal. Das hat tausend Punkte. Zehn tausend Punkte.